der ist ja ich habe keine muniz oder wir gehen da irgendwie anders noch drauf ich sterbe wieder gottes wenn ich hab nur noch ein bisschen leben wegen dem ganzen scheiß geschisse von dem typen da wird was gehst du drauf gehst mit mit dem mit dem sperr drauf oder gehst einfach mit dem großen keule kommt daher ja ich komme wieder ich komme wieder so lange du die agro hast ich weiß ich bin im wasser ist ja noch agro ich brauche einen stein er kann ich werfen wieder voll ist wieder von vorne man Wäre gut, wenn du mir die Pfeile gibst, weil ich habe ihn festgepackt. Ich bin unterwegs. Ja, ich muss aber, ich bin im Wasser, gell? Ich muss dann zu dir kommen und dann wird er auf mich aggro und dann geht er wieder weg. Oder? Komm zu dir? Ja, er bleibt da drauf. An die Pfeile gib ich mal ein Blatt. Stapel fallen lassen. So, mehr habe ich nicht, sind nur neun Stück. Ja, alles gut. Dafür sammle ich das Ding ein und sammle die Ameise ein. Die hat er anscheinend kaputt gemacht. Ich kann doch auch noch. Kannst du die da vorne irgendwie holen? Mist. Die fallen alle ins Wasser. Kriegst du die am Wasser? Ja, hab sie. Ich habe ihn noch unter Kontrolle. Ich habe ihn noch. Gut, dann müssen wir alle da hochlocken. Käfer sind schon manchmal Volldeppen. Komplette Idioten. Aber hattest du nicht mal mehr Pfeile? Du hattest doch mal 300 Stück. Äh, ich habe immer noch 40 gehabt und die gehen manchmal, verliere ich sie oder gehen kaputt. Aber wie gehen die denn? Da müssen noch ganz viele rumliegen hier im Umkreis eigentlich, wo ich mit dem gerade eben noch gekämpft habe. Äh, ich sehe gar keinen. Sind die auch vielleicht kaputt oder? Ah, da liegen wieder welche? Ja, das waren die einzigsten hier. Wie kann man sich die überhaupt herstellen? Braucht man ja Flint. Moment. Äh, nein. Nun braucht einfach nur... Dornen und... Dornen und noch immer. Achso. Gut. Verliefst. Aber... Ja, das... Das Wasser gibt es zu dir. Der vergiftet er alles. Er ist tot. Ja, er ist tot. Im Wasser ist er gestorben. Achso. Oh, der fliegt ganz schön weit hoch. Okay. Der ist umsonst. Dir und sonst. Ja, der ist durch Wasser beschädigt. Der trotz der Helle. Er hat nicht ins Wasser gehüpft. Äh, ein Symbol hat er noch gehabt. Das aber. Hier liegen 14 Pfeile bei mir. Vor mir. Ja, ich komme. Was für ein... Idiot, dieser Käfer. Was... Das Einfachste wäre, die Käfer zu killen, wenn wir die einfach einbauen. Wir bauen einfach ein Käfig. Dann versuchen wir einen Käfig zu bauen, um den. Gar nicht so einfach, glaube ich. Doch. Man muss den einfach nur reinlocken, dann springen wir drüber, einer geht hinten hin, baut dann hinten zu und fertig. Können wir ja versuchen. Ja, wir haben ja die Macht der Mächte. Aber was macht man da? Irgendwas? Eindeutig Karotte. Natürlich. Wieder eine Karotte. Vor allem, wir nehmen schon 46 Minuten auf, gell? Und jetzt ist bei ihm das erste Mal Karotte nach 46 Minuten Aufnahme. Das, äh... Ach, eine Chiemenspülung haben wir die bekommen, oder was? Sirusen? Was ist denn das? Ein dringbarer Schleim, der dich schneller schwimmen lässt. Ah! Überstunde. Die Kraft der Ameis in deiner Hand, wenn du das dringst, kannst du gleich mehr schleppen. So, ja, schlepp mal. Geh mal rein. In Arznei. Ich hab doch vorhin diesen, diesen Käfer eingescannt. Wir können uns Tränke machen, damit sind wir stärker, gell? Scheiße. Ich verweise. Aber können da noch nicht so viele machen. Das nicht. Aber... Fels, Fels. Schien nur... Ja, Tschernobyl schnupfen. Wo kann man denn jetzt diesen Zaun bauen, den ich letztes Mal gebaut hab? Wo war der? Ja, über den Zaun hüpfen sie drüber. Sicher? Ja. Und die machen den kaputt. Die hüpfen ja nicht wie die Spinne drüber. Die gehen trotzdem kaputt. Die machen den kaputt und äh, wenn sie nicht drüber kommen und hüpfen drüber. Jetzt soll man deine Stängelwand bauen, aber das geht halt nicht. Dafür brauchen wir sehr viele Stängel. Ja, deswegen. Es ist schwer, die einzubauen. Das ist meinetwegen, meinte ich ja. Und Grastüren. Einfach vier Stück. Dafür bauen wir halt auch Unkrautstängel. Vier Stück. Das ist halt die Frage der Fragen. Eine stabile Tür könnte man auch bauen? Aber die Spinne, ich weiß es halt nicht. Wo war denn nochmal dieses komische Zeug? Diese, diese... Letztes Mal waren sie da, jetzt nicht mehr. Die Dinger, die ich ja drüben gebaut habe. Auf dem Boden. Wo sind die? Bist du durstig oder ich? Du? Achso. Warum soll ich durstig sein? Keine Ahnung. Wo ist denn der... Ich finde den nicht. Oder geht es nur in der Werkbank? Kann auch nur in der Werkbank gehen. Ich habe einen Bombardierkäfer noch getötet. Also, ich. Eindeutig ich. Warum? Wer war es? Der war Regenkäfer. Achso. Also mit mir zusammen, aber 80% war der Regenkäfer. Vielleicht müssten wir das einfach machen. Wir müssten einen Marienkäfer hinlocken. Ja, habe ich bei der Borosenwanzei versucht. Der Marienkäfer... Also, die Bau... Er rennt einfach ein Stück weg und dann verliert er schon die Agro. Dann müssen wir beide in einen Käfig bauen. Weil... Dann ist... Samar. Wer hat mich jetzt weggeklatscht? Bist du in der Nähe? Ja, ich weiß noch nicht, was dich weggeklatscht hat. Ich weiß nicht. Ich wollte was zum Trinken holen und zack war ich tot. So, kriege ich jetzt was zum Trinken. Da. Äh... Ich weiß, was ich tot gemacht habe. Was? Das Ding. Ich wollte es wieder zum Marienkäfer. Sehr gut. Eine sehr gute Idee. Oh, der Marienkäfer. Das ist die nächste Frage. Ich schaue mal kurz im Wald. Ich höre, glaube ich, eine Spinne. Oder ist der Marienkä... Ne, ich höre, glaube ich, eine Spinne schlafen. Da will ich jetzt nicht hingehen. Den Marienkäfer sehe ich gar nicht. Nein. Der hat ja keine Ausdauer. Ich komme zu dir. Okay, aber sitzt da überhaupt mehr drauf. Was macht der? Ach, nee. Es gibt doch nicht die fette Pottsau. 15. Ja. 10. Jetzt kommt. Ignoriert dich. Im Sprung. Mach das nach. Hilfe. Ach, da ist er. Marienkäfer auf links. Cool. Einfach hinter ihn laufen. Dann schießt er ihn ab. Ja. Er schießt uns ab. Wow. Ich habe schon lange nicht mehr sowas Geiles gesehen. So. Macht denn überhaupt jetzt der Marienkäfer fertig? Nee, weil Agro und so. Welche Taste ist denn für diese... Was ist das für eine... Achso, das war da drüben. Ich laufe zum Großen. Respawn. Respawn. So. Linke Schifftaste. So, jetzt greif dann an. Ach, das ist die Schifftaste. Sag's mir doch, du dumme Tastatur. Ich denke immer, Steuerung oder Alt ist irgendeine Schifftaste. Großschrei. So, wo ist jetzt mein bescheuere Rucksack? Ich sehe jetzt zwei da drüben. Und der Marienkäfer. Eine Fackel? Ach, da war die Fackel. Hä, warum habe ich die Fackel verloren? Wie viel hat er noch? Ah, gar nichts mehr. Ja, alles gut, alles gut, Marienkäfer. Beruhig dich. Okay, dann müssen wir den Großen versuchen, hierher zu loggen. Und der Marienkäfer vielleicht ein bisschen ablenken. Fallen lassen. Schaffen wir das zum Großen? Und warum soll man mal testweise einfach, soll ich mal den Großen testweise einfach in die Luft sprengen? Ich kann's auch, ja. Dann opfere ich die Bombe halt für Spaß, weil ich glaube nicht, dass wir in den nächsten Folgen da unten durch den Gang gehen. Ja, wenn wir die Brocken von dem einen Brocken noch von dem haben, gehen wir in den Gang. Warum müssen wir den noch einmal töten? Noch ein einziges Mal. Den Großen? Geh mal da unten rein. Weil ich würde jetzt die Bombe opfern für den Großen. Dann müssen wir halt wieder eine Bombe holen. Und die kriegt man nur durch den Großen, oder was? Ja, okay, ich hab ihn. Hä? Ja, ich hab ihn. Ja, wie? Schon tot? Äh, ja. Kann man so sagen. Wie das? Oder wieder hinter einem Stamm fest. Das sind aber zwei, gell? Der eine ist aggro, der andere nicht. Aber die gehen doch die Pfeile irgendwann aus. Ja, jetzt müssen wir, äh, ganz schön hier pflicht. Nein, nicht die Bombe opfern. Die Bombe opfern kann man nicht. Na, jetzt ist alles weg. Welcher war's? Ich bin tot. Der Tote. Ist er tot? Mhm. Wir haben tot. Okay, aber ich bin auch tot. Okay. Jetzt gehen wir doch nicht nächste Folge da unten rein. Schade. 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 Hab mich irgendwie schon ein bisschen gefreut, was da unten ist. Tja. Wollen die schon seit sechs Folgen rein. Aber. Es dauert auch nicht so lange, eine neue zu machen. Wir brauchen ja nur dieses Ver... Wobei, es schläfst du. Ja. Du tötest dann so einen, äh, vor... ...seuchten Käfer da. Ich muss da keinen Käfer töten. Ich muss nur eine kleine Laus töten und... ...das geht sehr schnell. Ja, dann... ...das ist jetzt dein Plan. Äh, dein... ...dein Job. Mein Plan. Dein Plan, dein Job. Das Geile ist ja nur, gell? Du hast ja... ...für die großen Tiere zuständig. Du hast ja keinen einzigen Pfeil mitgenommen, gell? Es liegen immer noch alle 40 da rum. Ich konnte sie nicht einsammeln. Aber wenn du sie einsammeln kannst, dann nimm sie mit. Liegen noch? Das muss ich mir nachher neu machen. Ich hab gedacht, da liegen 40. Es liegen nur noch 5 rum oder so. Ich weiß ja nicht, was das ist, aber... ...das ist halt komisch. Egal, hab 20 eingesammelt. 21 sogar. Ja, bis heute längst. Ah, was wollte ich machen? Ich brauch schon wieder Essen, so wie immer. Tag und Nacht. Haben wir überhaupt noch Essen? Stimmt. Nee, ich geh nicht zum Essen. Ich geh jetzt da oben auf diesen komischen Steinfelsen. Bevor wir nach Hause ich renne, ich bin nämlich noch da hinten. Welchen Steinfelsen? Na, der Steinhaufen. Meinst du, ob da unsere Mission ist? Okay. Ja. Ich hab unsere Mission irgendwie ausgeblendet, aber ich weiß nicht, auf welcher Taste ich das gemacht hab. Meines auch ausgeblendet, das passiert automatisch. Nee, bei mir war letzte... Ich weiß nicht, wie viele Folgen wir schon aufgenommen haben, die ganze Zeit dauerhaft eingeblendet. Ach so. Es geht auf eine Taschenkombination, dann kannst du das einstellen. Ah, jetzt ist es wieder eingeblendet. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich in der Beste... Keine... Check's mal. Also, bei mir geht das... Das ist wieder ausgeblendet. Ja, bei mir geht das auch so... So ist viel besser, aber wann wird das eingeblendet? Sag mal, warum ist das jetzt eine fette Spinne in dem Gebiet, wo ich hin will? Und das ist sogar eine Wolfsspinne. Das Aggressivste der ganzen Viecher. Aus dem Weg, du kleine billige Wanze. Ich muss da durch. So. Komm jetzt da hoch, gar nicht. Haben wir noch Erson zu Hause? Äh, nee. Leider nicht. Das ist sehr schlechte Sache. Wir haben ja gerade nur drei Läuse noch mitgenommen. Und mehr haben wir leider nicht. Hm. Hm, hm, hm. Har, har, har. Umstellen. Oh. Das ist eine fette, dumme Bi... Äh, nee, keine... Ich brauch schon wieder ein Kleblatt. Willst du mich verarschen? Das gibt's doch nicht. So, erstmal husten. Ah. Hm. Mist. Muss ich schon wieder da ganz hoch rennen. Zwei, zwei, zwei. Blasenhelm. Was ist ein Blasenhelm? Leuchtklimber. Leuchtklimber? Vielleicht kann man das irgendwo hinhängen. Da leuchtet das. Leuchtklimber? Verzögert der Aus... Hä? Verzögerung der Aus... Ausdauer... Ausdauer... Regeneration. Das ist doch... Braucht man doch nicht. Das ist doch billig. Warum... Wenn man was verzögert... Macht doch gar keinen Sinn. Bogenbetäubung. So, schau mal. Warte, ich mach... Ich mach hier... Gibt's den Stein? Es gibt keinen Stein. Mach einfach eine Fresskeule. Jetzt haben wir, glaube ich, die Mission gemacht, gell? Ja.